Let's play Minecraft, willkommen zurück. Wir werden mal ein wenig tüfteln und bauen, indem wir hier eine neue Front einbauen werden. So, huch, so. Ähm, ja. Das sieht doch supi aus, dann werden wir mal schauen, dass wir das mal zumachen. Und ich werde mal gucken, dass wir auch demnächst, wir haben ja jetzt, die Umrandung haben wir jetzt soweit ja fertig. Das heißt, wir können demnächst auch mit dem Boden anfangen. Das heißt, da werden wir den Flieseninspektor rufen. Flieseninspektor Murphy. Ne, Flieseninspektor Ingo. Hallo, ich bin's, der Ingo. Ja, ich bin Flieseninspektor. Und, äh, nein, Entschuldigung. Ähm, genau, dann werden wir den Flieseninspektor rufen. Der wird uns dann hier schöne Fliesen reinzimmern. Mal gucken, wer das ist. Ähm, momentan haben wir ja immer noch, äh, unser, huch, hoppala. Ähm, momentan haben wir immer noch unser Mauerblümchen, äh, ja, Tine Wittler. Mit der schwarzen Brille und, ähm, eine rote, äh, orangene Overroll. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt auch Gonzales, der Rasenmeermann. Ja, Mann, da müssen wir mal gucken. Näh. So, ähm, wir wollen jetzt hier die, ich denke mal, ich werde das, glaube ich, gleich bauen wie da vorne. Vielleicht, schauen wir mal. Ähm, weil das gefällt mir doch ganz gut, dass das vielleicht vorne doch parallel aussieht. Hinten ist egal, von hinten guckt keiner. Beim Fahren sieht das keiner. Ich bin's, Ingo, beim Fahren sieht das keiner. Würde jetzt Ingo sagen. Aber Ingo, halt's Maul. So, genau, wir wissen ja, dass wir ja hier wieder einen Doppelten haben und da haben wir nur einen einfachen schwarzen gehabt. Das heißt, hier ist schmaler die Ecke. Das soll uns aber nicht daran hindern, dass wir hier, mein Gott, ihr merkt, ich bin immer noch ein wenig kränklich. Ja, äh, erkältet. Ähm, okay. Wie war das denn da gewesen? Äh, ach so, ach so, ach so, ach so, wir hatten ja hier so gebaut, ne? Aber jetzt stimmt ja, ähm, ich vergaß Hohligung. Ähm, Mann, Ingo, halt jetzt mal die Klappe. Wieso? Weil du nervst. Ich kann nichts aufhören, ich seh'n da hier. Wo? Wo bist du denn? Hier, nää. Ach da, das ist, das ist Ingo. Ingo, das weiße, weiße Schaf. Näh, nää, genau, das bin ich. Ähm, so. Ingo, das weiße Schaf. Ähm, ja, wir wollen jetzt hier nicht viel groß blubbeln, sondern bauen, 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 bauen. Und das sieht soweit ganz gut aus. Bis jetzt schauen wir uns das doch mal weiter an. Wie sich das hier entwickelt. Und wo sich das hin entwickelt. Äh, nee. Moment. Moment. Äh, ach so. Okay. Vielleicht sollte ich hier auch mal einen drauf bauen. Ah, diese Musik, diese dramatische Musik gerade im Hintergrund. Äh, die hab ich gewünscht, also am Jukebox. Äh, okay. Ähm. Mein Gott, Ingo, halt die Klappe. Da, geh dich, geh dich paaren. Da ist ein schwarzes Schaf. Will ich aber nicht. Ähm. Warum? Äh, keine Ahnung. Ähm. Ja, momentan ist auch ganz schön heavy, was so draußen in der Welt los ist, so in Sachen Ebola und alles. Also, ich muss partout sagen, mir macht das ganz schön Angst. Auch wenn ich mal rausgehe oder so. Ich hab da riesen Respekt vor. Wieso? Ähm, weil... Wie gesagt, also... Ich hab Angst davor. Also, es... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber... Es ist... Viele sagen immer, ist ja voll weit weg. Ist ja voll weg. Ne, aber es ist doch näher, als man denkt. Das ist... Ja, wie so eine Zombie-Welle, nenn ich sie jetzt mal. Die ausbrechen könnte oder kann. Die ich aber nicht erleben möchte. Bin ich ganz ehrlich. Denn... Ähm... Was sollten wir denn schon groß tun? Wir können eigentlich gar nichts mehr tun dann, großartig. Und ich sehe, das funktioniert so hier gar nicht. Weil wir da... Okay, egal. Lassen wir einfach da einen Doppel in. Das sieht doch bestimmt auch gut aus. Ähm... Aber wie gesagt, das macht mir Angst. Jedes Mal, wenn ich raus bin, einkaufen oder sonst irgendwie... Äh... Kriege ich es mit der Angst zu tun. Und muss mir auch permanent dann auch die... Die Hände waschen. Weil ich... Ehrlich, ich hab dann Angst irgendwie, mich angesteckt zu haben oder so. Vielleicht am Einkaufswagen angefasst. Da war vielleicht jemand, der hat Ebola oder so. Das soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass ich jetzt jeden beschuldige, dass jetzt jeder hier infiziert ist oder so. Aber... Mir macht das halt Angst. Dieses ganze Thema. Und... Das soll man auch nicht mitspaßen. Ja. Und wie ihr darüber denkt, das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Auch hier unter diesem Video. Würde mich mal interessieren, ob ihr da genauso denkt. Oder ob ihr sagt, ach nee, interessiert mich alles gar nicht. Gar nicht meine Welt. Ähm... Könnt ihr mal einfach mal schreiben. Und dann schauen wir mal. So, das sieht doch supi aus. Das gefällt mir doch. Ja, das ist doch schön. Chen. Chen, Chen, Chen. Achso, wir wollten ja hier die Dings reinbauen, ne? Die Glowstones. Hab ich ganz vergessen. Ähm... Werden das aber vorne, glaube ich... Werden wir das, glaube ich, ändern. Vorne werden wir, glaube ich, immer nur so... Huch. Ähm... Immer so, so, so... Einschwarzen, einschwarzen, einschwarzen... Einen weißen. Jetzt, also jetzt nicht, äh... Ähm... Ähm... Okay, ich lasse es einfach. So, äh... Schwarzen Stein. Dann nochmal einen schwarzen Stein. Ihr wisst schon, was ich meine damit. So, so, so. Ah, wunderbar. Herrlich. 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 Ah, ich hab da mal was vorbereitet. So. Ach, das sieht doch supi aus. Das ist doch... Das ist doch irgendwie, ne? Die brauche ich eigentlich gar nicht alle wegnehmen, denn... Die brauche ich eigentlich nur die weißen dann immer einsetzen. Die Glow... Die Glowstones. So. Machen wir hier schon mal die Reihe auf. Fertig. Äh... Ein Glowstone. Ein Zwartzen. Ein Glowstone. Ein Zwartzen Stein. Ein Glowstone. Ein Zwartzen Stein. Und ein Glowstone. So. Wunderbar. Ähm, Entschuldigung. Wollte ich eigentlich Mikrofon gestummt haben, aber so schnell kam ich jetzt nicht dazu. So. Määh. Ich weiß nicht, warum wir hier eine Pissrinne gebaut haben. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja. Obwohl, Pissrinnen finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Voll nicht. Das Schlimmste finde ich die Pissrinne immer auf der Kirmes. Wenn man irgendwo in so einer Gaststätte ist und da sind so... Von der Kirmes aus her dann extra so Pissrinnen gemacht, wo man reinpinkeln kann. Ah, die stinken immer so. Die sind so müffelig. Das gibt's gar nicht. So. Huch. Das war falsch. Das haben wir alle gesehen. Das war falsch. Ja. So viel zu dem Thema Ebola. Wie gesagt, also mir macht das, ja, ein bisschen Angst. Ich habe da ein wenig Respekt vor. Ähm, wie haben wir das denn? Achso, wir hatten da schwarze Steine drauf gebaut. Genau. Bäh. Ähm, genau. Würde mich einfach mal interessieren, wie euch das so... Was war das? Wie euch das so, äh, mitnimmt. Und ob euch das mitnimmt und alles, könnt ihr einfach mal schreiben. Ne, das sind falsche Steine, oder? Das sind die Steine, genau. So, ähm, ja. Genau, die kommen jetzt hier drunter. So, wunderbar. So, wunderbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt einem doch. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Sehr schön. Supi. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Ja. Ich hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen. Ähm, so, warten wir denn. Da haben wir noch ein Steinchen. Ne, der muss weg. Der muss da hin. Bäh, falsch. So. Ach, herrlich. 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 So. Ja, das sieht doch supi aus. Dann können wir doch hier jetzt gleich... Können wir gleich dann hinten weitermachen. Oder wir bauen oben weiter. Oder wir lassen den Flieseninspektor kommen. In, äh, einer weiteren Folge und auch noch in dieser Folge. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal schauen, wie wir das angehen. Ich werde jetzt erst mal... Erst mal... Erst mal... Erst mal... Erst mal... Erst mal so... 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 Opala... So... 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 Warum sind die jetzt dunkler geworden? Oder wird schon wieder Tag? Ne. Hä? Mache ich das jetzt nur? Oder sind die... Doch, der ist doch... Okay. Naja, egal. Ähm... Ja... Äh... Warum passt das hier drüben jetzt so gut? Und warum... Hä? Äh... Ich... Ähm... Ja, ich hab keinen blassen Schimmer. Warum? Weshalb? Wieso auch immer? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht... Ich will's gar nicht wissen. Ich weiß es nicht, warum. Und, ähm... Ist ja auch egal. Hauptsache es passt. Das ist doch viel wichtiger. Ähm... So... 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 Dann kommt der wieder dazwischen. Meine... War doch so gewesen, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir hatten das... Ah... Moment. Ne. Äh... Ähm... Das passt doch nicht. Oder? Oder bin ich jetzt ganz... Plimplim. Ich bin Plimplim. Möchte ich gerne schriftlich haben von euch. Ja? Ich bin Plimplim. Ähm... Das passt doch nicht ganz. Ich seh's gerade. Wie hatten wir's denn drüben gemacht gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Schauen wir uns nochmal drüben an. Ach, da ist es noch schmaler gewesen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht hatten wir da unten. Da haben wir nur drei reingekriegt. Acht unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sind doch auch acht. Hä? Wie bitte? Und wieso haben wir denn da nur drei reingekriegt? Okay. Achso, wir haben's einfach hier freigelassen. Achso. Hm. Achso. Äh. Wir haben's einfach hier freigelassen. In Zweier. Ne, in Zweier haben wir... Hä? Hä? Was ist denn los? Ist... Hä? Ich schnall's gerade nicht. Achso, wir haben gar nicht an der Wand angefangen. Jetzt. Äh. Jetzt hier. Äh. Äh. Wann bist du denn da? Äh. Ja, ich weiß, Ingo. So, ähm. Wir haben nämlich gar nicht an der Wand hier angefangen. So, und dann. Wir müssen das nochmal ganz wegmachen. Da unten auch. Das irritiert mich. Das hat mich jetzt schon irritiert, das Ganze. Sondern wir haben nämlich hier angefangen. Da. 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 So. Wua. So. Also. Da haben wir nämlich mit angefangen, mit den Steinen. Und nicht hier. Und nicht da. Und dann... Huch. Hoppala. Und dann kommt das nämlich auch hin. Werdet ihr jetzt sehen. Zack, zack. So. Nein. Oben bleibt... Wua. Oben bleibt frei. So. Oben bleibt nämlich frei. Dann können wir nämlich hier, ähm, die dahin. Genau. Zack. Und zack. Der kommt hier. Und der hier. Und der hier. Und der hier. Und der kommt da. Ich glaube, wir haben das nicht gel... Oder? Haben wir da drüben den auch gemacht, diesen Stein? Äh... Ja. Und dann haben wir noch ein... so einen Indiana Jones Stein genommen, nenne ich den mal. Mit diesen grünen Zeus. So. Genau. Wunderbar. Oh, oh mein Gott. Sieht das geil aus. Und jetzt die tolle Musik noch dabei. Wir brauchen natürlich oben auch Licht. Das heißt, wir werden hier, glaube ich, auch die Glowstones benutzen. Wenn wir schon einmal im Glowstone-Rausch sind, können wir die auch hier reinsetzen. Ich bin der Glowstone-Rausch. Höh... Das sieht so geil aus irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach faszinierend. Äh... Ja. So. Und wir müssen... Wir schauen mal. Wir sind schon wieder auf der obersten Etage. Wir müssen auch noch... Das Dach müssen wir auch noch bauen. Huch. Äh... Mein Gott, noch so viele Sachen zu tun. Huch, das war falsch. So. Nein. So. Ich vertu mich immer mit platzieren und wegmachen. Steine. Mein Gott. Mein Gott. Ja, ist doch klar. Ist doch gut jetzt. Äh... So. Nein. So. So. Glowstone. 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 Mein Gott. Irgendwann, irgendwann hab ich's auch raus. Also, ihr merkt's. Irgendwann hab ich's... Irgendwann hab ich's raus. Irgendwann werd ich da auch mal drin sein in der Steuerung. Obwohl ich's ja jetzt schon ein bisschen länger wieder mache. Aber naja, gut. So. Ähm. Ja. So. So, so. So, so. So, so, so. So. Mein Gott, nee. Das hält nur auf. Das hält nur auf, sowas. Das hält nur auf. Sowas hält echt nur auf. Das gibt's gar nicht. Ach, nee, 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 nee. So. 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 Mein Gott. So und so. Ja, und mit den schön bewegten Bildern möchte ich euch entlassen in einer weiteren Folge Minecraft. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.